ja hier willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play star wars battlefront 2 ein paar ungeöffnete kisten das wir öffnen in credits und so ja wir haben den 18 april 19 und er kann wieder ein update raus und zwar dieses mal haben wir so einen vorgeschmack auf die ganzen klamotten aussehen customisation von den ganzen einheiten und helden und so und ja ich glaube ist noch nicht als komplett kommt wahrscheinlich irgendwann noch aber wir schauen uns mal was hier alles noch zur verfügung steht bisher ich habe ja schon mal ein bisschen nachgeguckt hier wie die sachen aussehen und ja ist ja jetzt nicht so dolle beeindruckt wir können ja einige charaktere schon freischalten indem wir ein paar credits hier nutzen gesagt die raste überhaupt nichts ja glaube ich glaube gleich jetzt nur ein paar limitierte aussehensveränderungen aber ja weil nicht bisher die kultur rasse die kenne ich da wollte sind die jahr doch mauls das sind ja die kenne ich auch von wie die neid glaube ich ja erst mal gesehen da was mich ein bisschen stört ist und ich kann mich ja jetzt noch nicht so aufregen weil mir da sind noch nicht alle kostet menschen hier über jahr zur auswahl haben aber trotzdem einigen sachen zum beispiel was ist jeder unterschied gesicht naja super benutzt man hat gesicht zu verändern als anstatt irgendwie eine andere kleidfarbe oder anderen hut oder irgendwie so zu geben anderes gesicht also ich hoffe da werden sie noch ein bisschen kreativer ihren augenklappen weil sie nicht einige sachen sind bin ich mir schon irgendwie nicht so sicher und ja da haben wir ja schon mal ein du ross die rasse sich auch zum ersten mal du ross kenne ich naja ist auch eine karteige von meiner story glaube ich so spezialisten die sind bis jetzt am besten wir haben twiilex wo ich mir wahrscheinlich sogar vielleicht ein miril jana ich weiß nicht was das ist nichts die rasse sich auch zum ersten mal aber die twiilex ich bin ich gut vielleicht wo ich mal einer von aber ja 20.000 ist doch ein bisschen habe ich vielleicht am ende des part so und einige charaktere haben auch einige veränderungen chewbacca zum beispiel hat einmal verwundet ich habe keine ahnung was jeder unterschied ist natürlich wieder jemand kommen und sagen ja das ist dann ist da und so anders aber jetzt auf den ersten blick nicht sehe ich weiß nicht bringt es mir nicht wie am besten bin ich ja jonas durch da waren weil sie so weit erwartet sie irgendwie von so leuten die irgendwie das spiel modden oder irgendwie so war aber nicht von den machen das spiel ich habe da wird neu beroben oder sowas ja kein renn hat irgendwie noch so eine narbe im gesicht hier vom film und ja als bisher alles glaube ich sogar wir haben zwei teilen für ganze sachen eine läuft natürlich in 13 stunden ab und eine läuft in vier tagen ab war da wir haben alles heute noch schaffen zehn gegner ein e-book jagd besiegen und 25 genannt e-book jagd besiegen solange der modus aktiv ist okay so e-book jagd neuer spielmodus der in diesen patch ja patch nicht hinzugefügt wurde schauen wir mal rein ja okay aber man ist heute nicht so leck wie blöde und dass wir heute weil sie nicht geschafft kriegen weil nämlich andere sachen irgendwie hoch da sein kann währenddessen werdet ihr 500 gegner besiegen also ich glaube man kann jetzt auch fähigkeitspunkte kaufen indem man diese dinger hier benutzt weiß gar nicht von herstellungszeilen was jetzt ich auch so schlecht ist eigentlich aber erstmal wie ich sehen wie dieser muss hier abläuft durch mit mir schon gesagt von denen dessen name nicht ausgesprochen werden sollte was hier so ungefähr los ist in diesem modus und ja also immer ja stumper dürfte es dank überlegen aus der zahlmäßigen überlegen hat kein problem bis zur exfiltration am morgen zu überleben ja das ist doch furchtbar oh gott das ist doch furchtbar ja doch voll irgendwie slenderman so haben die evoks irgendwie oh gott das geht aber bleiben zusammen wir bleiben zusammen wie lange müssen wir jetzt hier überleben fünf minuten oh gott aber wir haben 17 versuche was man im ego muss spielen ich glaube es ist einfach nur um links haben kann hatten ich habe gar nichts normal hat hier nur drei evoks sind aber ja 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 ich drehe stelle ich bleibe drin hallo wir haben es geschafft evoks gruselig aussehen zu lassen und versteht nicht man auch erst mal kann ich muss den gegner erledigen wir sind auch viel mehr gott von viele jetzt auf einmal auch wenn ich viel irgendwie gerade los ist jetzt mal so gedacht hat man irgendwo spielten sollten vielleicht nicht die taschenlampen andauernd anhaben weil dann sehen wir uns ja oh gott hierdurch aber ich hätte nicht am längen ist ja schon mal was bei meiner mühle ob gar nichts müssen wir da hinten der blöde misspächer ich war da getötet ich raus super gameplay okay ja jetzt bin ich in die book ach ja wenn man verliert dann wird man zwei ein sack voller wiss die sich auf der waltmutter wieder okay sozusagen gott die box haben verloren ja toll sobald ich sobald ich zu denen gehen wäre so klar ich sehe wieder abläuft wo mir natürlich alles schon erklärt aber so schon werde weil er wird 3000 punkte ich habe das gleiche macht ich habe ein keller wie so viele punkte weil ich so lange überlebt habe okay aber das war ja voll auf sich selber auf sich selbst gestellt irgendwie ich nehme an die box können so lange so oft wie zu wollen aber wir nicht nicht interessant den muss können sie ruhig drin lassen ist doch gut so hat neu ist wenn man es besser als hier verdammte fracht jetpack bei mir ich will nach hause ich nehme an die können uns sehen wie blöde ne gott da ist noch einer ich will nach hause ich will nach hause dafür steht die zahl verstehe ich verstehe und da ja ich gebe punkte sozusagen für jede sekunde die ich überlebe oder so schon mal gut wo sind die schon erwähnt dass ich ein riesiger schisser bin wenn es um horrorspieler geht aber ich krieg punkte fürs nichts tun also fürs überleben das ausschmacht möchte lieber auf voller ap bleiben wenn es geht aber wird nicht mehr leer der dinge aufbauen es ist nicht nur ein bisschen ewig bis die nachladen kann noch mehr was dahingehend zusammenbleiben also irgendwie was machen kann da sind eine menge auf die bock in die luft gehabt mit meiner genate ich bin leicht rot irgendwie vielleicht ein timer oder so wo ich auch sehe wie lange wir noch überleben müssen sind wir schon alle in der höhle irgendwo willkommen aber das wie irgendwie in etwa der zwei versus bodos bin irgendwie war sie nicht wenn der dings hier spielen muss infizierte man hat wir sind fast alle tot ja einfach nur ich mag den spiel muss jetzt gut wenn sie irgendwie nicht viel zu sagen gebreche und jeweils nicht konzentrieren irgendwie gehört wird spiel ich mir kopfhörer dann sind wir nur zwei warum bin ich warum bin ich nur noch einer ich sehe ich habe angst ich habe einen leser gestorben sie konnte später konnte nicht überlegen dann müssen wir nur überleben kommen schon gott ich habe gegner gefunden nicht mit denen ich es aufnehmen kann kleinwüchsige bären mit holz stecken nämlich mal gegner den ich überlegen will wir auf dem zweiten platz ah jetzt bin ich mit den verlaufen lauer geil dann müssen wir gucken wenn diese fallen ich habe nur so eine blöde attacke springen meister gott kann es ja viel besser sehen als die book und das sieht so einmal köpfe besiegen da ist es schwer sein ja geil was mal gegner sehen weil es die box bauen da sind sieg die atmosphäre irgendwie auch zu nicht mal als e-box bauen da kriegen wir eben ja mit den kills jubb katastro zu juli kauti charlotte wahrscheinlich der offizielle bedeutet wahrscheinlich so irgendwas auswahl der stadt nennt ibox kommt schon verdammt sturmtruppler sie können nichts sie können so gut wie nichts treffen ok jetzt habe ich eine tasche lampe die nix aushält hier batterie mäßig hallo auch lichter hallo sturmtruppler was schon wieder an dingen gefunden keine angst vor ein paar kleinen jux lichter also nicht da gewesen bäume schlimmsten feinde einer schon gestorben super und gott habe ich ja soviel dazu ja ich bin schon tot ja kann man mal ebox spielen wenn die box spielen das so hell wenn ich jetzt die leute hier nur sehen könnte genauso wollte ich jemanden töten ausgezeichnet die ganze zeit angst mit mir machen würde deswegen habe ich jetzt gedacht ja worin zu nennen da dieser einige geist der ort er wird nicht mehr getoppt in diesem part ich sollte am besten so viel möglich einsetzen wenn ich dann aktivieren oder wenn welche da kommt nur näher ja wenn man mit dem panik aus oder ich muss auf die runterspringen wird habe dabei verlange ich auf die runterspringen gegen ich mache ich spaß oder ist einer irgendwo stich nein er hat ja noch viel pp ja irgendwie so viele ebox sehe ich gar nicht selber als den spiel hier runter schnappt sie euch richtig bock in die restlichen da drinnen ich kann uns nicht da rein hallo wo wir sind 17 leute wenn da einer rauskommt sind die alle so eine verzögerung schnappt ja ich ja ich mag den muss jetzt richtig gut den dinten so ruhig drin lassen jetzt richtig gut wird wahrscheinlich aber nicht passieren wenn er damit den kitts wird auch nichts mehr in diesem part kuckuckkiste und sagen der modus aktiv ist ja ich kann aber meine charaktere nicht aufnehmen wenn ich das spiele dreck ein stopper ok oder ja 7 2 9 6 5 hat jemand hatte den folgen als name genommen oder auch 08 516 sexy okay ich habe ich von diesen bäumen hier fern und weiß dass diese viecher da ist noch hinter mir also diese fallen jetzt schlecht sind deswegen weil was geht wenn andere machen sollen ist ein falle weil zusammen die können uns nicht alle auf einmal töten und sie kommen da runtergesprungen gott drunter mein gehört da wenn du kalt bist ich werde auch nicht alle was daraus nehmen nein er hat nicht geschafft die telefon nochmals gestorben juffer juffer hier war jetzt mal ehrlich was los wenn er dann meinen kopf geworfen habe ich bin die taschen haben jetzt auszulassen ist eigentlich doch sehr blöde weil die können uns ja mit ihren speziellen fähigkeiten sehen also auch mal wie viele hier sind da wir dagegen nicht ehrlich vielleicht tot wegen diesem seig wenn man irgendwie auch irgendwie so zu taunen ich glaube die welt treffen mich immer wenn ich das macht wenn ich grüße mich wenn jetzt einer auskommt so nicht jetzt nicht trennen leute ihr wisst doch was passiert denn auch wenn sich die leute trennen ein kliff ja gar keiner von uns sterben normalerweise steht der schwarze als erstes wir sind ja alle weiß aber ich bin so wunderbar razzistisch mir schon hat nur einer jahre runter springen muss und dann ist einer von euch tot das würde ich jedenfalls machen die idioten kontinieren das kommt aber wesens leckt es dich ich glaube dass jeder ist dann da ist gerade jemand da steht ja ja schon wieder die idioten warum steht hier auch alle davor du stirbst auch wer auch immer hinter mir ist ja schon wieder gegen mich ehrlich Nein, 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 nein. Ich habe den Wachstum. Toll, die können einen gegen den Kopf werfen. Dreck. Menschenfleisch. Okay, da ist irgendwo noch einer. Du bist sowas von tot. Oh. Wie kann man die Dinger aktivieren? Muss man da was gegenwerfen? Ah, cool. Willst du ihr mit? Ich wollte den direkt unter mir. Mein Gott. Vandaliert. Der Rest von eben. Menschenfleisch. Schleuder. Jetzt sehe ich auch diese Fallen näher. Wer immer noch am Leben ist. Du musst rennen. Mein Gott, wo ist er? Ich sehe. Okay. Perfekt synchronisiert. weg. Du bist ja. Sehr schön. Ich kann mal eine Runde noch. Ach, schön. osterglocke richtig gut geräusche hier machen müsste ich so irgendwie wenn ich durchgegen laufe machen ich habe vorher läuft ich mal so eine glücke also richtig laut wenn die hose machen sofort meine hose wer voll mit pp und aber verdammt egal wenn wir die box zu spielen ist irgendwie interessanter aber von drei kills noch weil ich will jetzt 1000 krebs schon mal heute leute war irgendwann wollte mich gerade das war meine bombe muss meine tasche und messen der luca walker hat sind wir mit der mcgay zu sein und warum war da natürlich kacke vor seiner fall war der erstplatzierte von freut da ist was da ist was ich schwöre ich schwöre alter dann war war ich schwöre auf deine mutter ist es dann schon aktivieren nicht aus aber jemand licht für mich unsere waffen finden wir da sonst drehe ich am rad mit mir da sind leute was geht a taschen aber aus wenn wir mal so eine kiste wieder finden würden weil demnächst und drei weiter blitz ist hier irgendwo die kiste aha im dreck aber mein mein gedanke war nicht so fahrt und schnell muss eigentlich perfekt und irgendwie kaputt zu fahren soll credits wir eigentlich nur in den höhlen verstecken solange bis irgendwie genug evoks hier um rumlaufen sind und dann geht es sich nach oben da ist ja los warum schießen wir auf zeug jetzt schon wieder ich ehrlich machen wir mal auf nicht und werfen die daten um ihr ging dann kommt mein linker fuß ist ein geschaffen naja mein gaming wird dadurch sehr beeinflusst irgendwie eigentlich da oben meistens da oben aber warum frau gar da schon mit einer dann übergezogen direkt hinter mir oder schatten diese nicht so ich kann mit dem stress nicht arbeiten ich habe genug action das mal hier ein bisschen schilden recht so broken wenn man hier drin ist aber ich brauche ein paar kills naja also nicht unter so bäume wenn man hier drin ist ja auch blöd kann sein hört so schön ist auch blöd bei kills zwei stück gott wird scheint genug zu sein den irgendwie zwar heute über zu ziehen einmal jetzt war ich weiß nicht wie so normaler nahe angriff abzieht bestimmt nicht 50 ein bisschen sicher doch schon wieder gerne in die höhle reingehen warum ich kann ihn damit auch wehtun da war ein thema kommt das mit weinen gott jetzt müssen wir alle dahin grennen rennt in den narren rennt und ich will überleben ich will überleben weil sie haben alle ihre steuern auf uns rettet uns sind kleine bären mit stücken wir bringen uns alle um nein ich will überleben kommen müssen wir da reingehen muss mir sagen dass man da reingehen kann ich dachte dieser balken der abläuft ist hat man irgendwie weise nicht erwarten muss aber so okay haben wir jetzt zehn kills ich glaube ja sehr schön egal überlebt ich hätte auch überlebt ich habe länger überlebt als ihr alle hat was jetzt sagt er dazu weil ich bekomme ich jetzt bekommen lauf des spiels ich will auf jeden fall die kuckuckkiste bekommen dass man da drin ist da steht schon der neuen von zehn ok weil ich zu 2000 quälte oder so bekommen keine ahnung egal jedenfalls welche empfahre den nächsten mal werden wir wahrscheinlich weiter ein bisschen e-book jagd spielen weil es doch schon spannend und macht spaß und so ne gott wie dankeschön fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr einen like ein abo ein kommentar und sonst soweit irgendwas hinterlassen wird und dann sehen wir uns in der nächsten folge es gibt uns geht